So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise einer Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke, weil es gibt heute keinen Spielinhalt mit Pokémon Go. Aber ich möchte die Gelegenheit nutzen, mal ein paar Unklarheiten zu beseitigen. Erstens, warum ist hier ein Enton in der Ecke, ne? Gibt's heute Enton zum Abendbrot oder was? Nein, Enton ist das Maskottchen für den Monat August, weil der Moonlight die Raidmania gewonnen hat im Juli und durfte sich deshalb für August aussuchen, welches Pokémon die Infos, also die Infofolgen und die Raidmanias ziert. Ja, ist Enton, deswegen ist er Enton, wundert euch nicht. Der Gewinner von August darf natürlich dann für September bestimmen, schickt mir seinen Lieblings-Pokémon und das wird dann die Folgen zieren. Dann, ich habe vor ein paar Tagen einen Post gemacht. Ich habe nämlich hier dann dieses Video gemacht mit Ramses Minus, wo ich in der GBL ein bisschen gezockt habe, weil ich gehört habe, Schilling zockt momentan ja keine GBL mehr, beziehungsweise macht keine Videos mehr. Und so als Gag habe ich natürlich dann alles klar, Ramses Minus ist am Start, ich rede jetzt den Tag hier, hab das da rein. Schilling hat auch darauf geantwortet, auch auf das Video, was ich sehr cool fand natürlich. Wer braucht Schilling Plus, wenn man Ramses Minus haben kann? Ich habe ihn natürlich dann geantwortet, weil ich ihm meine ehrliche Meinung auch nochmal sagen wollte, dass Schilling Plus trotzdem für Qualität stand und er weiß, was er macht. Er ein Fachmann ist in GBL, meiner Meinung nach, auf jeden Fall im Gegensatz zu mir. Und deswegen die Schilling Plus Videos natürlich trotzdem sehr hilfreich waren, für gerade viele, die in der GBL nicht vorankommen oder Tipps brauchen oder bei der Teamwahl ein bisschen unter die Arme gegriffen haben möchten. Jetzt hat dieser Post aber für Verwirrung gesorgt. Ich finde, er kam gut an und ich habe auch gesagt, gebt alle mal einen Daumen hoch, wenn ihr wollt, dass Schilling Plus zurückkommt. Denn ich möchte nicht, dass dieses Format weg ist. Ich möchte, dass er bei Schilling Plus bitte weiter GBL betreibt. Jetzt gab es da einen Kommentar von Peparoni. Es wird heute nicht nur um Schilling gehen. Es wird um Schilling, BisaFanDV, Sabrina, Hong und Melanie ChaosLady gehen. Ich möchte nämlich jetzt wirklich mal mit allem aufräumen. Peparoni hat nämlich gesagt, also, eine Zeit lang hast du gefühlt kein gutes Haar an ihm gelassen und dich immer über die komischen Videotitel lustig gemacht. Jetzt auf einmal Schilling hier, Schilling da. Gibt es da Coins für, oder? Aber, sorry, ich mag deine Videos extrem gerne. Feier deine lustige und lockere Art. Aber irgendwie, finde ich, ist da ein komischer Beierschmack bei. Die letzte Zeit, was den Herren angeht. Ja, die ganze Zeit war es ja auch ruhig um Schilling, natürlich. Aber, als Schillings Account gesperrt war, stand er halt im Mittelpunkt. Alle haben sich drauf gestürzt. Viele haben das genutzt, um ihn schlecht zu reden. Viele Hater kamen und haben gesagt, ich habe schon immer gewusst, dass der spooft. Ich habe schon immer gewusst, der cheatet. Sonst wäre der nicht so gut. Wer mich kennt, weiß aber, es ist egal, ob ich jemanden mag oder nicht mag. Wenn es jemandem schlecht geht oder wenn jemand ungerecht behandelt wird. Das trifft es nämlich, glaube ich, am besten. Wenn jemand ungerecht behandelt wird, dann bin ich der Erste, der sich an dessen Seite stellt und sagt, ey Bro, alles ist cool und ihr haltet mal das Maul, ja. Der hat nichts gemacht. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Bam. Jetzt habe ich da einen dicken, fetten Text geschrieben und habe das mal erklärt. Der Pepperoni, cooler Name übrigens, hat auch schon drauf geantwortet. Fand das auch cool, dass ich da so ausführlich geantwortet habe. Und für alle, die jetzt immer noch nicht wissen, wie ist denn jetzt mein Verhältnis zu Schilling? Wie ist meine Meinung über Schilling? Und vor allem, wie ist meine Meinung zu BisaFanTV? Sabrina spielt Hong und Melanie Chaos Lady, weil die habe ich heute explizit mal im Tab oben aufgemacht. Ich lese es mal ein Stück vor, was ich gestern geschrieben habe. Beziehungsweise habe ich natürlich meiner Sekretärin 1000 Euro gegeben, dass die einen Text schreibt, der mich gut darstellt, damit keiner mehr mitkriegt, dass ich jeden hasse. Okay, mal zur Aufklärung. Ich habe kein Problem mit Schilling und hatte ich auch noch nie. Vielleicht soll ich einfach vorlesen, wie es da steht. Okay, mal zur Aufklärung. Ich kann es nicht lesen, das ist so unleserlich geschrieben. Okay, mal zur Aufklärung. Ich habe kein Problem mit Schilling und hatte auch nie eins. Ich bin als Fan von ihm zu Pokémon gekommen und habe immer jedes einzelne Video geschaut. Ein Tag ohne Schilling-Video war ein verlorener Tag. Kennen vielleicht auch einige. Es gibt viele, die gesagt haben, wenn mal kein Schilling-Video da war, war es Schilling, kein Video, was ist los, bam. Mittlerweile, da kann ich mir selbst ein bisschen auf die Schulter klopfen, gibt es auch Leute, die das bei mir sagen. Wenn jetzt ein Video, also wenn ein Tag nichts kommt, dann gleich, war es kein Ramses-Video, was ist da los? Finde ich auf jeden Fall cool. Kann ich komplett nachvollziehen, weil so ging es mir beim Schilling auch immer. Jeden Abend, nachdem der Tag um war und man total tot nach Hause gekommen ist, nach einer fetten Raid-Tour oder irgendwas, hat man sich dann zu Hause hingesetzt und hat YouTube angemacht und ist zu Spiele-Trend und hat geguckt, was gibt es Neues. Und wenn dann mal nichts da war, war man natürlich enttäuscht. Dann habe ich aber selber angefangen, Videos zu machen und hatte nicht mehr die Zeit, alles zu schauen. Und dann war der Punkt, dass Spiele-Trend ja auch hauptsächlich Infovideos macht, die ich nun selber auch auf meinem Kanal mache und ich dann danach nicht noch bei Schilling reinschaue, wenn ich das gleiche gerade schon selber erzählt habe. Was ja nicht heißt, dass er nur Blödsinn macht, sondern sein Kanal besteht halt hauptsächlich gerade aus den Infos, wann ist ein Event, wann ist ein Seeday, was wurde im Data-Mine gefunden, auch hin und her, sonst was, keine Ahnung. Das ist hauptsächlich, was es bei Spiele-Trend ja eben gibt. Gut verpackt, schön verpackt, sieht gut aus, klingt gut, alles anschaulich, dann nimmt ihm keiner die Butter vom Brot, ja. Ich hatte dann aber die Pflicht, natürlich auf meinem Kanal selbst auch zu informieren, wenn ich gesehen habe, okay, da ist jetzt hier was angekündigt, nimmst du einen Artikel, meistens nehme ich pokefans.net oder das andere. Beides. Die Werbung ist so genial. Wer ist denn das andere? Mein MMO. Nein, GoGames. GoGames. GoGames oder pokefans.net Mach selbst ein Infovideo. Ich freue mich immer, wenn ich was höre und wenn ich ein Video rausbringen kann, nachmittags, während Spiele-Trends-Seins dann erst abends raushalten. Und ich sage immer, yes, ich war eher dran. Ja, Mann. Seine Abonnenten gucken natürlich trotzdem seine Videos, meine gucken meins. Das ist trotzdem wie ein kleiner Konkurrenzkampf, manchmal in meinem Kopf drin, bei anderen vielleicht nicht so. Gerade jetzt, wo er dann auch kein Niantic-Partner mehr ist und vorab diese Infos nicht erhält oder so, ist das nochmal ganz neu gewürfelt. Deswegen, man freut sich immer, wenn man irgendwie vor allen anderen über irgendwas berichten kann. Und klar gibt es dann vielleicht auch ein paar mehr Aufrufe oder irgendwas. Das kann jetzt keiner sagen, dass er sich nicht über Aufrufe freut. Trotzdem sieht das beim Spiele-Drehen natürlich alles anschaulicher aus, professioneller, besser. Ja? Da brauche ich mir nichts schönreden bei mir. Ich habe halt nur einen Text dann vor mir, wie jetzt auch. Sieht halt nicht schön aus. Fakt ist, dass die Videos von Schilling eben qualitativ hochwertiger und ansehnlicher sind, ob grafisch dargestellt, der vom Sound. Ah, da habe ich wieder was. Da habe ich mir aber selbst hier was. Ich muss mal kurz bearbeiten. Ähm, ob grafisch dargestellt oder vom Sound. So, machen wir mal ein O hin. Ich habe dann im Vergleich zu anderen YouTubern kritisiert, dass mir da ein wenig die persönliche Note fehlt, beziehungsweise der Live-Aspekt, den man bei Hong, Julian und Sabrina zum Beispiel hat und den ich selber auch mit meinen Draußen-Vor-Ort-Videos erfüllen möchte. Hong und Julian gibt es nicht mehr. Sabrina macht ihr Ding weiter. Und ich meine immer, Spiele-Trend ist informativ, aber mir fehlt das Feeling, was man von den anderen kannte. Wer Hong regelmäßig geguckt hat, Hong war ja immer unterwegs in München, standet da in der Arena, hat da ein X-Raid gemacht, seine Homies waren da im Hintergrund, dann waren da andere Leute im Hintergrund, wer kennt noch Birgit, sonst was, äh, nicht Flatti, aber Tatti. Und hin und her, du hast auch viel von der Umgebung gesehen, du hast von der Stadt was gesehen, von den Arenen. Fand ich doch cool. Julian genauso, Karlsruhe. Du kannst Karlsruhe auswendig, weil Julian immer alles gezeigt hat. Oder wo sie damit, sein allerletztes Video, wo sie mit den Fahrrädern durch die Gegend gefahren sind, haben diese Wafu-Rades gemacht. Äh, Tap and Go, oder Tap and Drive in dem Moment. Richtig coole Sache, sehr starkes Video und die ganze Gang da am Start. Ich bin ja auch viel draußen, ich mache auch viel, die Community Days habe ich sonst immer draußen gefilmt, seit Corona streame ich halt meistens ein bisschen drin. Den Community Raid mache ich trotzdem immer zum Raid-Boss-Wechsel, wieder draußen, vor Ort an der Arena, nehme Leute mit, das seht ihr morgen wieder, wenn Raid-Boss-Wechsel ist. Und Sabrina macht ja auch viel draußen. Jetzt, durchs Kind, ist sie dann wieder ein bisschen auch drin, kann ja nicht den ganzen Tag abhauen und so, aber ihr seht, das ändert sich alles immer viel. Das habe ich bei Spiele-Trend aber eben nicht. Er redet meistens drin, aufgenommen sein Zeug, was dann eben gut klingt. Es ist da das Spielmaterial reingeschnitten und es sind Grafiken gebastelt. Das ist alles anschaulich und informativ, okay. Aber irgendwo vermisse ich dann manchmal das, ich hätte gern gesehen, wenn er da gerade bei einem Raid ist und den macht, wie sieht die Umgebung aus, der Wiener Stadtpark, aber ist vielleicht alles dann ein bisschen komplizierter für ihn. Er macht das halt so auf die Art und Weise, weil die Qualität dann auch besser ist, gerade vom Gesprochenen mit dem Mikrofon aufgenommen, als jetzt mit irgendeiner GoPro oder irgendwas gefilmt. Und vielleicht sind auch die Leute, die dann da dabei sind, wenn er Raids macht, vielleicht wollen die auch nicht gezeigt werden, vielleicht wollen die da nicht ins Video und wenn da so viele Leute da rumstehen und da immer so alles abgeht, ist das schwer, sich nur alleine drauf zu haben. Kann ja alles seine Gründe haben. Das ist nur was, wo ich gesagt habe, da fehlt mir manchmal was. Deswegen brauchst du theoretisch neben den Informations-YouTuber auch andere mit diesem Live-Aspekt vor Ort, wenn du das gerne guckst. Und Sabrina macht das ja noch. Ich mache das ja auch. Chaos Lady, habe ich gesehen, geht auch jetzt wieder vermehrt raus, macht draußen ihr Ding. Jeder macht sein Zeug halt anders und nicht jeder rennt halt mit einer GoPro durch den Park, filmt alles und jeden aus der Umgebung. Dafür sieht es halt auch... Ach so. Auf informativer Ebene besser aus. Was mir sehr gut gefallen hat, waren aber die PvP-Videos. Da das keine Infovideos sind, sondern reines Gameplay, bei dem man viel lernt und wenn das jetzt ausbleiben würde, fände ich das schade. Wenn ich mal nicht klarkam bei PvP, habe ich bei Schilling Plus reingeschaut und mir was abgeguckt. Zum Beispiel habe ich auch nur einen Toggekiss in meinem Team, weil der Schilling einen Toggekiss in seinem Team hat. Und irgendjemand hat dann mal geschrieben, weil ich Giratina immer vorne drin hat, hey, mach doch Toggekiss vorne rein. Schilling hat auch Toggekiss vorne drin. Seitdem spiele ich Toggekiss immer in der Führung. Durch Schilling Plus. Durch Schillings Videos. Sonst wäre das Giratina drin. Andere sagen mittlerweile, ja, mach Toggekiss nicht vorne rein. Die rechnen jetzt alle damit. Jeder nimmt Stahl. Also nimm lieber doch wieder Giratina oder so. Aber es kann sich alles wieder ändern. Nebenbei mache ich klar Scherze über diverse Dinge, wie manche Videotitel. Aber das mache ich ja bei BisaFanTV auch. Wer am Montag bei Chill mit Ramses immer reingeguckt hat, müsste ja wissen, wir haben am Montag eigentlich immer bei Sabrina ein paar Videos geguckt. BisaFanTV, sonst was. Und 90% der Zeit, wenn ich bei BisaFanTV reingeguckt habe, habe ich mich über BisaFanTV aufgeregt. Ich habe das kritisiert. Ich fand das kacke. Ich habe gesagt, wie kann der denn so ein Bild da hinnehmen? Oh mein Gott, das ist so extrem gefaked. Dani, was machst du? Habe ich immer. Ich kenne ihn persönlich. Ich finde ihn als Menschen komplett korrekt. BisaFanTV. Aber wenn ich dann das gesehen habe, habe ich mir an meinen Kopf gefasst und gesagt, oh, mach doch nicht dieses. Wenn ich dann mal einen lustigen Titel für mein Video hatte, habe ich dann absichtlich natürlich geschrieben, bla bla bla, catchy BisaFanTitel. So als Anspielung, als Anlehnung und viele haben das auch verstanden, war das auch lustig. So wie halt BisaFan manchmal extreme Titel hat, hat Spieletrend auch manchmal ein paar Titel, die ich irgendwie witzig fand. Ja, die waren eigentlich unterhaltsam oder so. Die haben ihn trotzdem amüsiert. Kann keiner abstreiten. Hat amüsiert. Und deswegen habe ich auch manchmal dann catchy Spieletrend Titel, weil genau das könnte ein Titel sein, wie man es von einem Spieletrend Video kennt. Manchmal schreibt man genau das hin, was drin ist. 100% Jäger gefangen. Und dann wissen die Leute, aha. Oder man schreibt, oh mein Gott, damit hätte ich nicht gerechnet. Das wäre dann so ein typischer Titel, den man nutzen kann, der natürlich auch Aufmerksamkeit erzeugt. Das ist doch nichts Verwerfliches. Aber man denkt, ah, womit denn, hä? Zeig doch mal. Nur, dass bei Spieletrenden wenigstens dann was Krasses dahinter gesteckt hat und bei BisaFanTV ist im ganzen Video einfach gar nichts passiert und man dachte, hä? Wo war jetzt, wo war jetzt der Inhalt? Willst du mich verarschen? Und deswegen, Spieletrenden findet das okay, BisaFan fand das auch okay, obwohl ich BisaFanTV viel mehr kritisiert habe, hat er immer gelacht und gesagt, aha, jetzt regt er sich wieder auf, warte mal auf das nächste Video, das wird noch krasser und auch seine ganzen Tricks, die BisaFanTV immer hatte. Ähm, beziehungsweise bei BisaFanTV kritisiere ich extrem, dass er immer nur mit Fake-Sums und Fake-Titeln geklickbaitet hat, auch wenn ich ihn persönlich kenne und ihn als Mensch eigentlich gern hab, muss ich ja nicht alles gut finden. Selbst wenn ich was bei Bisa kritisiert habe, hat er selber noch darüber gelacht und ich fand es am Ende auch schon wieder witzig, wie absurd er seine Videotitel und Sams gestaltet hat. Also nur, weil man mal etwas durch den Kakao zieht, heißt das ja nicht, dass man denjenigen nicht leiden kann oder hasst. Meistens ist es alles auch eher scherzhaft gemein und sollte nicht zu ernst genommen werden. Wie Schilling selber auch schon sagte, als das Thema Spufen aufkam mit der Account-Sperre bei ihm, war ich einer der Ersten, mit der er sich positiv über ihn ausgesprochen hat, statt versucht zu haben, ihn jetzt mit dem Vorwurf schlecht zu machen, damit ihn alle meiden. Ist doch Quatsch, wir spielen alle das Gleiche und solange mir keiner was Böses tut, habe ich auch keinen Grund, wirklich gegen andere zu schießen. Dieses catchy Spiele-Trend-Titel oder catchy Bisa-Fan-Titel war halt auch ein kleiner Running-Gag. Wenn man einen Titel wählen wollte und dachte, das wird bestimmt wieder Hater anziehen, also sagte man Hey, chill, die anderen machen doch auch sowas. Das war auch im Prinzip eher ein Gruß an die anderen. Gerade dieses Thema, wenn man sieht, der Spiele-Trend macht sein Ding, der ist sehr beliebt, manche mögen ihn, manche mögen ihn nicht, aber wenn dann wirklich die blöden Leute ankommen, die nicht von hier bis zur Wand denken können und sagen, was, denn sein Account wurde gesperrt, das ist der Beweis, dass der die ganze Zeit uns angelogen hat und hat gecheatet und hat gespooft und hat irgendwelche, ne, nein, das ist kein Beweis. Für mich eindeutig war das der Beweis, dass das System von der Yentic einfach nicht ausgereift ist und keineswegs ein Beweis dafür, dass Spiele-Trend was Böses gemacht hat. So oft in Facebook-Gruppen habe ich schon gesehen, wenn einer gepostet hat, hey, ich habe da irgendeine Warnung bekommen, kenne das jemand, was ist das? Tausend Leute stötzen sich dann auf diese Person und sagen, haha, du Drecks-Poofer, du Drecks-Cheater, tu nicht so unschuldig. Die wissen doch gar nicht, wenn der sagt, er spooft nicht, dann glaube ich dem, dass sie, demjenigen das auch und dann kann es ein Fehler von der Yentic sein, wenn das aber jemand normalem passiert, interessiert es die Leute nicht, die bringen den um mit ihrer Meinung, die stellen den in die Ecke und sagen, du Scheiß, die verurteilen den komplett. Das fand ich schon immer richtig eklig, solches Verhalten, dass bei den Leuten es nur diese eine Lösung gibt. Es kann nicht sein, dass da was schiefgelaufen ist. Selbst als Spiele drin kamen, waren immer noch viele der Meinung, haha, jetzt haben wir eine, jetzt wissen wir genau, aber genau da hat es doch gezeigt, seht ihr, es muss erst einen großen Treffen, damit das mal publik wird, dass immer wieder solche Fehlmeldungen kommen, Fehleinschätzungen von der Yentics Seite aus, dass das System eben nicht gut arbeitet. dann haben sich auch die Leute und die Beschwerden gehäuft, mich hat es auch getroffen, mich auch, mich auch, ich habe auch nichts gemacht und dann haben die Leute das erst geglaubt, weil so viele gesagt haben, sie wurden zu Unrecht gebannt, wo aber schon in den Köpfen der meisten es hieß, Schilling ist ein Schieder, ja, deswegen für mich ganz klar war das ein Beweis, na Yentic, es ist wieder mal passiert, zum Glück hat es Spiele drin getroffen, so blöd es klingt, damit das an die Öffentlichkeit kommt, dass das einfach nicht passt und ich musste an die ganzen Leute in Facebook denken, die das geschrieben haben, vorher schon mal und dann einfach zu Tode gehatet wurden, dass sie hier dreckige Lügner sind, die sie so auf unschuldig machen, nein, denen ist das auch passiert und das kann jedem passieren, egal ob ihr was macht oder nicht, deswegen, ich habe kein Problem mit Spiele drin, ich habe nichts gegen Spiele drin, ich bin in letzter Zeit eben nicht mehr so aktiv auf seinem Kanal und gucke nicht mehr alles an, aber ich habe ihn immer noch abonniert und wenn da was kommt, dann freue ich mich trotzdem, gerade das hat mich hier interessiert oder wenn er irgendwelche speziellen Videos macht, die direkt um seinen Account gehen oder um seine Ausbeute, seine Pokémon oder irgendwelche Tricks oder sonst was, hilfreiche Tipps, aber wenn er jetzt 20 Mal den C-Day ankündigt, dann ist das halt was, was mich da nicht interessiert oder was ich mir nicht angucke, weil ich den ja selber ankündige. Das ist auch was, worüber ich mich immer lustig gemacht habe, dieses Evoli C-Day angekündigt. Dann eine Woche später, alles, was ihr zum Evoli C-Day wissen müsst. Dann kurz vorm C-Day, alles, was ihr für morgen wissen müsst und am Tag danach heißt dann halt, alles, was ihr für heute wissen müsst und ihr denkt, naja, viermal das gleiche Video. Es ist trotzdem irgendwo wichtig, muss man auch sagen, wenn man es jetzt ernsthaft betrachtet. Viele Leute, die sehen, oh, alles, was ihr zum C-Day wissen müsst, aber das C-Day ist erst in zwei Wochen und in zwei Wochen stehen sie da. Was? Heute war C-Day? Warum sagt denn keiner was? Also ist es eigentlich sogar gut von ihm, wenn er nochmal drauf hinweist, alles, was ihr für morgen wissen müsst, alles, was ihr für heute wissen müsst. Manchmal muss man es den Leuten einfach einprügeln, damit die sich das merken. Wenn wir jetzt mal bei BisaFanTV waren und reingucken, ihr seht BisaFanTV, der hat sich auch komplett verändert von seinem Kanal. Früher hat er hier mit irgendwelchen Fake-Thumps und Fake-Titeln gearbeitet, hat irgendwelche, wenn ich schon das hier, tausche niemals mit Ramses der Dicke um drei Uhr nachts. Und dann wird auf dem Bild, ich glaube, ich habe es hier nochmal groß, da wird halt einfach dann ein Kreis hingemalt und ein Pfeil. Warum? Da ist nichts. Wir haben einfach nur einen Glückstausch gemacht und er wollte, dass ich den Film dann hochstelle und er ein Video darüber macht, so. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie das überhaupt war. Er hat auf jeden Fall ein Video da hochgehauen und hat dann hier so einen Kreis rein und sonst was und ich denke mir, ah, Bisa, hör auf. Hier, ich habe das Geheimnis von Galaponie da rausgefunden und Kreise auf das Horn, Kreise dahin, Kreise überall, die Kreise haben dann da übernommen. Plötzlich hat er angefangen, irgendwelchen Mist hochzuladen, ja. Er ist in ein Loch gefallen und wurde gerettet. Klar, er hat nie gesagt, dass er einen reinen Pokémon Go Kanal hat. Es hieß ja familienfreundliche Unterhaltung. Aber dass er dann angefangen hat, hier, die gefährlichste Wasserrutsche der Welt. Das ist ein Video, das gehört nicht ihm, das hat er nicht gemacht. Das hat auf seinem Kanal eigentlich gar nichts zu suchen. Er hat dann irgendwann angefangen, Videos zu nehmen, von anderen Kanälen, die runterzuladen, die bei sich draufzupacken, mit so einem Titel, wo er denkt, okay, das gibt ja immer viele Aufrufe. Das lade ich jetzt bei mir hoch, damit ich neue Abonnenten kriege. sowas finde ich komplett bescheuert, einfach nur. Oder hier, mit diesem Trick bekommt ihr Mewtwo sofort und ohne Raid und ohne Cheat und das kann nur scheiße werden, wenn du da draufklickst. Dann willst du schon gar nicht draufdrücken, draufklicken. Ich glaube, viele Videos sind auch mittlerweile weg oder hat er offline genommen. Wie gesagt, ich mag ihn, ich finde ihn korrekt, aber was er wirklich auf seinem Kanal manchmal für ein Mist da hochlädt und mittlerweile auch dann fremde Videos einfach bei sich hochlädt. André redet über das Ende von Ape Crime. Was hat das denn mit seinem Kanal zu tun? An sich nichts, völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Wäre es jetzt ein Ape Crime-Fan-Kanal, wo alles zu Ape Crime veröffentlicht wird, okay, alles klar, aber er hat halt wirklich jeden Mist da einfach draufgepackt. Das passiert, was passiert, wenn man Giovanni besiegt und ein Bild von einem Shiny Mew in der falschen Farbe und zu einem Zeitpunkt, wo es Shiny Mew noch gar nicht gab, das ist einfach so komplett bescheuert und mehr kann man dazu nicht sagen. Wenn jetzt aber BisaFanTV von jemandem irgendwie persönlich angegriffen wird auf irgendeine Art und Weise, wäre ich trotzdem der Erste, der sich hinstellt und sagt, ey, lass den mal in Ruhe, der ist ganz korrekt, der Typ. Was er auf YouTube abzieht, ist der komplette Scheiß. Aber er an sich ist einfach ein klasse Kerl. Kann ich nichts sagen. Richtig menschlich. Und wer sich ein Video wirklich von ihm anguckt, fühlt sich trotzdem irgendwie unterhalten. Er hat seine eigene spezielle Art. Ich fühle mich unterhalten, wenn ich mir ihn angucke, wenn ich mir ihn anhöre. Aber ich finde es schlimm, dass er es manchmal mit solchen Mitteln da probiert. Femel, verfolg dich jetzt. Mitten im Aufnehmen des Videos passiert sowas. Das ist auch sehr cool. Dankeschön für das Abo, für die Verfolgung. Wirst du, wenn du heute das Video guckst, dich selber da sehen. Also Spieletrend, machen wir uns nichts vor. Ist unser Guru. Ich hoffe, die PvP-Videos kommen zurück. Die fand ich immer sehr cool. Ansonsten halt immer informativ. Sieht gut aus. Kein böses Blut. Ich freue mich immer, wenn ich einen Kommentar von Spieletrend irgendwo sehe. Auch wenn ich mich manchmal über seine Titel lustig mache oder über irgendwelche anderen Sachen. Keine Ahnung. Trotzdem, das ist alles einfach nur so gemein und auf jeden Fall nicht böse gemein. BisaFanTV, totaler Knallkopf, totale Knalltüte. Seht ihr? Da bin ich viel gemeiner. Aber ich mag den Jungen. Ich feiere den Jungen trotzdem. Ich feiere eigentlich jedes Video. Selbst die Scheiß-Videos mit den Fake-Thumps und den Fake-Titeln feiere ich durch seine Art, wie er diese Videos präsentiert. Sabrina spielt. Bei Sabrina spielt, da kritisiere ich auch immer was. Zum Beispiel ihren roten Lippenstift. Ich finde, Sabrina ohne Lippenstift wirkt viel natürlicher und nicht so der Lippenstift, der triggert mich jedes Mal, aber der Lippenstift ist einfach ihr Markenzeichen. Ich bin auch oft irgendwo, bei Sabrina muss ich ehrlich sagen, bin ich neidisch. Ich bin neidisch, auf den Erfolg, auf sonst was, weil sie macht im Prinzip ja das gleiche wie ich, hauptsächlich. Man kann uns beide nebeneinander stellen, aber bei ihr geht alles durch die Decke, bei mir nicht. Manchmal bin ich sogar so dreist und sage, hey, da steckt viel weniger Aufwand drin in dem Video, als jetzt bei mir, aber bei ihr, sie kriegt halt 10.000 und ich nur 1.000 Aufruf. Wir sind ja gar nicht so weit entfernt mit den Abonnenten voneinander. Und auch, obwohl ich neidisch bin und sonst was, ihr das auch privat immer mal sagt und sagt, oh, guckt ihr das mal an, wie es da wieder abgeht, ich fasse es nicht. Mit Sabrina habe ich auch am meisten Kontakt. Mit Spiele-Trennen habe ich im Prinzip keinen Kontakt, außer mal im Kommentarbereich, wenn man sich da mal trifft. Mit BisaFan.TV hatte ich öfters mal Kontakt, in letzter Zeit weniger. Mit Sabrina schreibe ich sehr oft. Wir haben viel Kontakt. Wir tauschen uns auch aus. Sie erklärt mir ein paar Dinge, ich erkläre ihr ein paar Dinge so. Wir reden so über die Kanäle, über alles, über die Videos, über irgendwelche News, über irgendwelche anderen Sachen, über irgendwelche Fans, keine Ahnung, über andere YouTuber. Da wird dann immer heftig gelästert. Nein, aber ich kann dir das auch offen und ehrlich sagen, dass ich da neidisch bin auf das und auf den Erfolg und dass bei ihr auch ihr allererster Streets den sie von zu Hause aus gemacht hat, sah viel besser aus, klang viel besser, war irgendwie viel gemütlicher als mein erster Stream und als mein letzter Stream. Bei mir ist seit Anfang bis Ende ist alles ist alles gleich, erst mal ins Mikrofon gekotzt, aber bei ihr sie macht das das allererste Mal und es wirkt schon so, als hätte sie nie was anderes gemacht. Sie kommt von nichts, wird ins kalte Wasser geworfen, aber macht schon ne gute Figur. Gut, jetzt sage ich ja doch, dass das alles besser ist und deswegen natürlich mehr Erfolg hat, weil mehr Aufwand drinsteckt. Sie hat sogar eine Hintergrundmusik in ihren Livestreams, um eine beruhigende Atmosphäre zu geben. Habe ich jetzt nicht, meistens habe ich ja Thomas dran, wodurch die beruhigende Atmosphäre weg ist, weil ich mich mit Thomas dann immer behänge und wir uns immer gegenseitig die ganze Zeit fertig machen und anschreien, böser Kopf, guter Kopf, böser Kopf spielen, aber das ist dann halt wieder der Unterschied. Deswegen bin ich keine Sabrina und deswegen ist Sabrina auch nicht Thomas, obwohl Thomas gern Sabrina wäre. Grüße gehen raus an Thomas. Und dann sieht man halt, bei uns gibt es halt dann wie so ein Podcast, deftige Kost, da wird geredet ohne Blatt vor den Mund und bei Sabrina ist das eher gemütlich dann. Sabrina hat sicherlich auch dann ganz andere Zuschauer, das ist alles eher familienfreundlich, bei uns gibt es manchmal hat ein Tobak. Trotzdem, ich habe kein Problem mit Sabrina, auch nicht, ja, ich bin manchmal neidisch auf sie und mich stört ihr roter Lippenstift, der triggert mich immer, weil das halt so, das ist zu knallig, aber es ist ja ein Markenzeichen, das ist ja wie, wenn ich plötzlich kein 5.0 Dosenbier mehr trinke, was ich ja in letzter Zeit eigentlich auch gar nicht mache. Dann kommen wir mal kurz zu Hong. Hong habe ich damals auch übelst gefeiert, habe ich auch zweimal live getroffen und so. Er hat dann aufgehört mit seinen Pokémon Go Videos, das war dann der Punkt, wo ich ihn nicht mehr abonniert habe, weil das, was er dann gemacht hat, mich meistens nicht mehr abgeholt hat, was ich dann nicht mehr so interessant fand und mittlerweile finde ich es ganz schrecklich, das habe ich ja auch öfters mal schon in den Streams dann erwähnt, wenn es darum ging, ich finde es ganz schrecklich, wenn ich mir gerade seine Thumbnails angucke. Auf jedem Thumbnail sieht er aus, als wäre er gerade in eine Reißzwecke getreten. Hier, meine AX-Deo-Sammlung hier oben. Wow! Oder Chong will so etwas auch verkaufen, selber verkaufen. Wow! Hat er irgendwelche Anfälle, irgendwelche Leiden? Es ist, Hong war immer einer, der gesagt hat, ihm ist scheißegal, was andere über ihn denken oder sonst was, er pisst da auf alles und er macht einfach sein Ding und hin und her und er verstellt sich nicht, aber meiner Meinung nach wirkt das alles jetzt eher dann ein bisschen gestellt und halt diese gefakten Thumbs sitzt er wirklich da und macht in dem Video, ich weiß es nicht. Das sieht für mich komplett übertrieben aus, was sich aber wieder dem Mainstream anpasst. Guckt euch andere Kanäle an, wo irgendwelche Sachen und Pfeile und tausend Smilies aufs Thumbnail drauf und ganz immer erschrockenes Gesicht und Schreien und Mund auf und jedes Thumbnail sieht dann gleich aus und das finde ich richtig eklig und das kotzt mich voll an und jetzt sieht es beim Hong halt auch so aus, was ich sehr schade finde, wenn er damit Erfolg hat, okay, aber ich möchte bitte mit weniger Erfolg haben, deswegen mache ich jetzt auch nur noch Videos, wo Spiele drin im Titel stehen, damit ich Klicks kriege, aber es geht halt weiter, wenn ihr hier runter geht und ihr seht dann hier unten auf einmal beste Instant-Rahmen und dann hier revolutionär, hier neue Bali-Edition, es rastet alles komplett aus, sogar das Sat-Rata-Köftespieß, ich habe den auch getestet, Ramses Kitchen und so, man könnte denken, Hong hat mit Pokémon aufgehört, um jetzt Ramses Kitchen zu machen und Ramses macht Pokémon weiter und Ramses Kitchen, aber hat halt keine 30.000 Abonnenten, Konzenten, also ich finde, Hong, der Inhalt ist vielleicht der gleiche, aber die Darstellung, das Äußerliche, hat sich sehr stark verändert, für mich zum Negativen, weil ich sowas halt komplett affig und hässlich finde, aber er ist sicherlich immer noch der gleiche, so, und er macht das ja nur, weil er will ja auf eigenen Füßen stehen, er will Erfolg und wenn er damit Erfolg hat, okay, ich finde es halt schrecklich, sich das so anzugucken. Dann kommen wir noch zu Melanie Chaos Lady. Melanie Chaos Lady habe ich ganz am Anfang mal geguckt, immer auch am Montag bei den Schill mit Ramses Folgen, aber da mal mit reingeguckt, dann habe ich sie verbannt aus meinem Tab oben, dass ich da nicht mehr reingeguckt habe, war lange Zeit auch nicht gut, auf sie zu sprechen. Immer wenn jemand was mit Chaos Lady gesagt hat, habe ich auch gesagt, nee, hier ist Chaos Lady, freie Zone, geh mal weg mit Chaos Lady und viele werden das auch sicherlich nicht mitbekommen haben, wieso ich nicht gut auf Chaos Lady zu sprechen war, hat eigentlich auch nur den Hintergrund gehabt mit BisaFanTV, weil BisaFanTV, der schießt ja eh gegen jeden, aber der schießt nicht spaßig gegen Leute, sondern der hasst halt wirklich alles und jeden, ja, wundert mich, dass er mich mag. Wenn irgendwas war mit Spiele drin, er war der erste, der gleichen Stein draufgeworfen hat, wo ich immer gesagt habe, Dani dreht wieder durch und chill doch mal und alles gut und übertreibt doch nicht und mh, deswegen hat Spiele drin ja auch irgendwann mal gedacht, Dani und ich, wir stecken unter einer Decke und sind die organisierte Mafia, die den Spiele-Trend-Kanal schlecht machen, weil sich BisaFanTV plötzlich Dani der Dicke genannt hat und schon war Ramses der Dicke auch ein Spiele-Trend-Hater, nur weil BisaFan als Hater sich Dani der Dicke nennen, aber da konnte ich ja nichts dazu, das habe ich ja nicht gesagt, dass er sich so umbenennen soll, der hat sich einfach so umbenannt und als mich ausgegeben, Ali, was ist denn? Ich bin noch nicht fertig. So, auf jeden Fall und er hat immer gegen Spiele-Trend geschossen, ich wollte da immer ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen, fand ich auch zu übertrieben manchmal in den Streams, dass er da so abgegangen ist, aber er hat mal ein Video gemacht, da hat er wirklich sozusagen aufgeräumt und hat seine Meinung auch über diverse YouTuber gesagt und auch über Melanie Chaos Lady, da ging es um irgendwas zwischen den beiden und das hatte erst mit Pokémon zu tun und dann nicht mehr, ich kann mich gar nicht mehr richtig erinnern, auch was eigentlich das Problem war, aber irgendwie hat sie ihn halt mit irgendwas vor den Kopf gestoßen und er fand das richtig kacke und mit irgendwas wegen einer Verlinkung oder so, wo sie was da hatte und hat dann gesagt, ja, ja, nee und dass sie ihn gefragt hat, ob sie da was machen kann und was gemacht hat und er hat gesagt, ja, dann verlinke das aber bitte, dass das von mir ist oder so und dann hat sie ihn nicht verlinkt und dann hat sie gesagt, ja, das tue ich später noch rein, hat es nach zehn Jahren immer noch nicht gemacht und hingekriegt, hat er drauf gekackt, er hat sich in seiner Ehre gekränkt gefühlt sozusagen, er fand das von ihr sehr unprofessionell, er hat sich da ausgekotzt, seitdem hat er gesagt, die Alte ist für mich gestorben, so im übertragenen Sinn und siehe das Video, wo er natürlich dann gesagt hat, dass er sie nicht leiden kann, gleich an ihre Zuschauer geschickt und darum gebeten, dass die das alle melden, damit das gesperrt wird, sie will den Anwalt einschalten und gegen ihn vorgehen, damit der Kanal am besten auch gesperrt wird und davon bin ich ein kompletter Gegner. Wenn man Mist gebaut hat, soll man dazu stehen. Wenn er Scheiße gelabert hat, dann hätte sie halt ein Statement kurz gepostet, das was der sagt stimmt nicht oder hätte ein Video gemacht, um das zu klären, wenn das so wichtig ist, dass man das unbedingt aufklären muss, aber Leute dann dazu zu animieren oder das Video von dem zu nehmen und in diverse Gruppen rumzuschicken und zu sagen, hey melde das mal bitte alle und ich hole mir auch schnell einen Anwalt und ich gehe dagegen vor, dass der seine ehrliche, offene Meinung nicht aussprechen darf, ich möchte den Mund tot machen, dann soll man es lieber klarstellen oder richtig stellen und nicht einfach den anderen Mund tot machen. Denn ihr habt es gesehen, ich habe letztens erst wieder eine Sperre gehabt, war eine Woche weg, dann habe ich wieder eine Sperre gehabt, war zwei Wochen weg. Wenn mir der Kanal flöten geht und ich weg bin, das wäre das Schlimmste, was mir passieren könnte, weil der mir wirklich gut tut, mich aufbaut und ich im Kontakt mit euch stehe, was auch gegen meine Depression und mein Borderline ziemlich gut ist, können wir ja so reden, sind ja alle ehrlich hier zueinander, aber dass sie, die selbst einen Kanal betreibt und 10.000 Abonnenten hat, im Prinzip wissentlich möchte, dass der andere zugrunde geht und gar nichts mehr, dem alles wegnehmen möchte und dafür ihre Leute mobilisiert, das fand ich von ihrem Verhalten her richtig scheiße. Und das hat jegliche Sympathie genommen, deswegen wollte ich mit sowas nichts mehr zu tun haben, mit so einem Menschen, der so drauf ist und Dinge so regeln will, auf diese eklige Art und Weise. Und ich weiß das auch nur, weil mir jemand einen Screenshot geschickt hat, aus ihrem Discord-Server oder aus ihrer Fangruppe, ich weiß gar nicht, wo die da ist, irgendjemand einen Screenshot geschickt, dass sie den Link reingepostet hat in so eine Gruppe und dazu aufgerufen hat und bam, und das geschrieben hat. Also es ist nicht, dass irgendjemand das behauptet. Ich habe es halt schwarz auf weiß wirklich gesehen, dass sie das gemacht hat und das so zu fordern und dazu aufzurufen, finde ich eben total verwerflich und finde ich richtig schlimm. Deswegen war ich auch nicht gut, auf sie zu sprechen, die ganze Zeit. Mittlerweile sind so viele Jahre vergangen, man könnte auch sagen, im Endeffekt, mich geht es ja gar nichts an. Es ging ja nicht um meinen Kanal, trotzdem, ich habe ja gesagt, wenn jemand was gegen irgendjemand anderes macht, Unrecht oder jemanden irgendwie, dann bin ich der Erste, der sich da auf die Seite stellt und sagt, lass den mal in Ruhe. So wie ich zu Spieletrenden gesagt habe, jeder der sagt, der ist Boofer und so, hat keine Ahnung, ist so ein Schwachsinn. Spieletrend hat nichts gemacht, glaube ich fest dran, so habe ich auch bei Dani gesagt, was, die wollen die sperren, so ein Scheiß, was geht mit der nicht ab, hier habe ich mich auch auf die Seite des Schwächeren gestellt, sozusagen. Aber es ist jetzt Gras über die Sache gewachsen, ihr seht mittlerweile BisaFanTV, der lädt ja eh nichts mehr hoch. Ich weiß nicht, was mit dem gerade abgeht, aber so wichtig ist ein Kanal wahrscheinlich dann doch nicht, dass er das jetzt einfach so schleifen lässt. Jetzt habe ich mich umsonst dafür eingesetzt, aber mir ging es ums Prinzip und nicht unbedingt einfach nur irgendwo gegen jemanden Welle zu machen. Und ich meine, wenn ich bei Chaos Lady jetzt gucke, im Vergleich zu Sabrina, bei ihr, es plätschert ja auch jetzt so ein bisschen vor sich hin. Chaos Lady wäre jetzt mein nächster Konkurrent, den ich versuchen muss zu überholen mit allen Mitteln. Deswegen meldet alle die Videos. Spaß. Wer meldet, ist ein dämlicher N-Ton-Verschnitt und Aufschnitt. Ne, ich habe letztens aber ein Video von ihr gesehen, wo sie zur Raid-Stunde unterwegs war mit dem Fahrrad. Ich glaube, das war sogar hier unten das mit Palkia. Sie mit dem Fahrrad von Raid zu Raid gefahren. Hat auf mich ein bisschen unbeholfen gewirkt. Dann kamen die Windgeräusche, dann hast du die ganze Zeit von unten in ihre Nase reingeguckt, aber irgendwie war das ja trotzdem ein bisschen putzig, ja. Das wirkt jetzt nicht so, ja, ich bin die Tollste und die Größte und guckt mich an. Ich denke, sie will sich halt auch nur schützen und sie will ihr Ding in Ruhe machen und sie will keinen Stress, deswegen wollte sie, dass der sie dann nicht so schlecht redet und macht und ich glaube, ich bin auch an dem Punkt, wir sind ja alle erwachsen, dass ich einfach da einen Cut mache und das einfach ablege. Es hat mit mir, wie gesagt, nichts zu tun gehabt und dass ich Chaos Lady trotzdem wieder als neutrale Person betrachte. Deswegen, ich finde es schön, dass sie gerade in letzter Zeit auch wieder viel draußen ist und viel unterwegs ist, gerade jetzt, wo ich und Sabrina meistens in den Streams drin sitzen. Chaos Lady letzte Zeit auch drin gesessen hat, obwohl ich sie kenne von draußen, jetzt aber wieder zurück raus geht und sogar die Raid Stunde draußen spielt und mit dem Fahrrad da rumfährt. Das ist wieder dieser Live Aspekt, dieser Vor-Ort Aspekt, den ich eigentlich so feiere, wo es viel mehr Pokémon Go YouTuber davon noch geben sollte, gerade im deutschen Raum auch die das machen und das macht sie ja auch wieder. Diese Raid Stunde habe ich mit meiner Mutter ein Stück geguckt, nicht ganz, wir haben ein bisschen da reingeguckt. wir haben uns beide amüsiert, wir haben beide auch gelacht, manchmal über diese eher unbeholfene Art oder dieses manchmal so Verworrene oder dass sie da ein bisschen was mache ich eigentlich gerade hier, wo bin ich? Aber irgendwie ist sie ja sicherlich im Herzen kein schlechter Mensch, ja, deswegen vergeben und vergessen, alles egal, ich habe sogar einen Kommentar unter den Stream geschrieben, ich kann ja mal da reingucken, das war nämlich, Like haben wir nicht gemacht, hier, ich habe sogar geschrieben, Glückwunsch zum Hunderter vor drei Tagen, sie hat nämlich im allerersten Raid, den sie da gemacht hat, ein 100% Palkia gefangen und im zweiten nochmal ein 98er hinterher, fand ich auch cool, da sage ich nicht, boah, die hat es nicht verdient, geh mal weg, ist doch okay, sollen sie ihr Ding machen, sagen auch hier, ich finde es witzig, sonst was, bam, und deswegen auch bei Chaos Lady jetzt kein böses Blut mehr, lasst uns alle dasselbe zocken, hier gebe ich auch nochmal ein Like, Chucky, Teaser Trailer 2 habe ich mir gerade angeguckt noch, es wird wohl jetzt eine Serie geben von Chucky und der Trailer sieht auf jeden Fall verdammt gut aus, gibt es aber glaube ich nicht bei uns, ist auf irgendeinem USA Network, schade eigentlich, hätte mich nämlich interessiert, also auch bei Chucky kein böses Blut, sagen wir mal dazu, deswegen machen wir das auch zu, hier habe ich jetzt gleich noch ein Raid, da geht gleich auf, den werde ich gleich in die Hibo-Gruppe posten, fragen, ob da jemand Bock hat mitzumachen, werde mit meinen sechs Handys wieder runterlaufen zur Brücke, ich bin ja auf dem Markt, ich muss dann hier in den Park, werde den Raid machen, würde sagen, ich hoffe, damit habe ich jetzt alles klargestellt, das ist ein richtig langes, perverses Video, es ist genau 13,37, das ist doch kein Zufall, oder? 13,37, Spiele-Trend-Video, hmm, ich habe versucht jetzt aber alles klarzustellen, meine Meinung nochmal zu sagen, über Spiele-Trend, Honk, Chaos-Lady, Sabrina, Bisa-Fan-DV, wer jetzt noch sagt, hey, Ramses findet den doch blöd, guckt euch das Video an, da wisst ihr, wen ich blöd finde und wen nicht, eigentlich niemanden, aber manche Sachen finde ich blöd, aber trotzdem, wir alles sind Menschen, chillt, genießt euer Leben, zockt Pokémon, morgen kommt der neue Raid-Boss, der Sack, Jan, ne, S-A-C-K und dann Jan hinten dran, haben wir ja so festgelegt, dass der so heißt, das war es jetzt auf jeden Fall von meiner Seite aus, wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.